Ich glaube, ich habe mich eiskalt verlaufen, Leute. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir sind natürlich unterwegs in Tarkov. Diesmal, um The Tarkov Shooter Part 1 und The Survivalist Part Thrifty zu erfüllen, hier auf Woods. Dabei sind auf jeden Fall zwei lustige Runden entstanden, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Und habe mich beim Schneiden dieses Videos tatsächlich gefragt, was ihr lieber mögt. Eher Uncut-Videos in voller Länge, also der volle Rate, oder die Highlights schön in einem kompakten Video. Lasst es mich auf jeden Fall mal wissen, einfach unten in die Kommentare, meine Freunde. Und damit war's das von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Komm, wir gehen in den Bunker. Wir machen den Zeug schnell. Ja, ähm, die Ablobe bist du... Hier läuft was. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Zwo... Zwo Mal Steps über uns. Ich bin fertig. Über uns ist zweimal gelaufen. Einer tot. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch einer ist. Ja! Ja, er hat mich gepusht! Ich bin tot. Ich habe ihn erschossen, glaube ich. Schau mal nach, ob der eine umb hatte. Ja. Ja, und wie mich noch Tobi sein Zeug... Ja, das mache ich jetzt zuerst, weil ich nichts dabei habe. So. Nun... Nein! Wenn der nicht irgendwie ist das hier alles eine Schräge, warte dann geh ich hier oben rauf. Willst du die UMP haben, Gunny? Von? Dem du oder was? Wenn du es nicht brauchst, klar. Also du hast ihn halt erschossen und da ist dein Loot. Oh, ich habe den Laser nicht ausgemacht. So, kommen wir wieder zurück. Komm wieder. Findest du hier? Nein, ich bin immer noch unten drin. Komm unten wieder rein. Hier sind Spieler 2. Gott. Ich bin... Oh, ich habe auch geschwerklassiert. Der Abloher kommt. Einen habe ich. Ich zirkel. Ich bin irgendwo. Schmeiß Granate. Oh, du hast auf mich geschmissen. Ne, einen habe ich schon. Was ist denn noch? Ist noch einer dazugekommen. Was ist denn noch? Ist noch einer dazugekommen? Ich habe kaum noch Muni drinne bei mir. Ne? Letztes Magazin. Warte, hier springt wer. Da, ich habe was gesehen. Da war was. Ne. Alter, du rennst jetzt hier draußen. Das ist schlecht, weil ich nicht... Einer liegt hier. Ja. Der andere hat auch eine dicke Knarre. Ich sehe dich am Stein. Ich glaube, der Spieler... Ja, ja. Ich glaube, der Spieler ist weg. Ich höre links was von mir. Ja, ich habe was ge... Ja, es liegt... Er ist vor mir hier. Er ist links von dir. Hier. Ich hoffe, du meinst nicht mich? Ja, ich meine Diablo. Diablo, links von dir. Wo? Ich bin tot. Naja. Coca-Cola 64. Tens. Äh, Gani, brauchst du noch Iskra? Nee, ne? Nein, ist gra nicht mehr. Ähm, wie sieht's mit Kills aus? Du brauchst noch einen ohne Armor, ne? Wie viel musste ich denn machen? Oder, nee, was hast du noch gebraucht? Noch einen Headshot-Kill? Ich brauch, äh, vier noch. Ohne Armor. Und vier auf Distanz. Also vier ohne Armor und vier auf Distanz. Okay. Geh mal rüber, zu den Containern. Ja, okay, ich bin. Falls ihr ein Visier oder sowas findet, wär ganz nett. Ich glaub, das hat kein Visier. Geht jetzt immer schon rüber, zum zweiten Camp? Ja, ich. Bin schon da. Ach, das hat ein Visier, das ist ja furchtbar. Bin oben drin. Ich mach mal den Essenstransporter hier. Ich glaub, ich hab mich eiskalt verlaufen, Leute. Bleib doch oben. Ja, da, da, da. Da sind wir. Ja, da. Tobi, Alter, beruhig' dich mal. Ich hab mich nicht deine Mutter beleidigt. Alles in Ordnung. Hahahaha Halt! Achso. Da ist schon einer vorgesprittet von euch da vorne Scalp vor mir! Scalp vor dir! Rechts von... äh Ja ja, ich weiß Ich höre ihn. Wo ist der? Ja bei diesem Holzding dahinter Warte Ich sehe einen, ich sehe einen am Dingshof Da war doch gleich noch ein zweiter gewesen Ja ja Ich höre ihn, ich höre ihn Er schießt, aber ich sehe ihn nicht Achso, er schießt auf euch Der schießt auf mich, ich sehe ihn nicht Sehr schön Noch einer, ne? Ne zwei Ach hier ist der Dude Der schießt auf mich Sehen Ich hab's Spritzen sehen Ich hab's Spritzen sehen ja mal Hier irgendwo zwischen Hier, 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 hier Ah ja, genau Genau da, wo ich nicht hingeguckt hab 72 Punkte Lohnt sich kaum Also wir rennen wieder zurück, ha? Spieler Spieler Zwei Stück Auf dich? Ah, ja Wo bist du denn? Vorne an der Hütte An der Einzelnen Fall zurück, fall zurück zu uns Achso, die sind tot Ich bin schon tot Ich bin schon tot Die kam hinter der Hütte vor, zu zweit Ich zieh mir eben meine Rüstung wieder an, warte mal Ihr wisst, welche ich meine, ne? Ja, ja, die ganz, auf der anderen Seite schon Warte mal Ja, da läuft das, am, 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 am See nach rechts Da hab ich's sehen, ja Einer ist gut hin, du brauch Hilfe Hab ihn, hab ihn Ja Also zwei Stück Müsst'n wir bei... Ne, 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 der geht auf die Straße Ich muss heilen Wer ist zum Haus gerannt? Ich bin am Haus Achso Ach du bist auf die, an die Straße gerannt, Junge Haben wir zwei gekillt, ja? Jesus Christ, ja Den ersten, weiß ich nicht, ob ich den gekriegt habe Einen Schuss gemacht und der war weg Den zweiten hab ich auch drauf geschossen Aber ich weiß nicht, ob ich ihn erschossen hab Ich glaub nicht Überlebstes? Ja, ja Mach grad das Bein, dann kommt ein Robi und dann geht's los Ja, wir bewegen uns jetzt alle wieder Hier ist der andere Ah, sehr gut Ist das der, den ich erschossen hab vielleicht? Wie ist der? Wie ist der? ENT Level 1 Sehr gefährlich, ja Ja Oh, ich hab ein Level 1er geklappt Irgendwas im Auge, ey Nimm den Finger raus Genau Das wird's sein Ach, das war's Ja, verdammt Jetzt wo du saßt Endlich Jahrelang die Probleme Jetzt kann ich auch endlich wieder mit rechts schreiben Ja 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 Ach, das war ein Double Headshot Nice Streaming Highlights sag ich mal Naja Es ist gut, wenn man den selber vollzieht Nicht wenn er an einem vollzogen wird Vorsicht, lauf nicht zu nah neben dem Günni, sonst kriegt er einen Herzinfarkt Ja, ich merk schon Mal ganz ehrlich, ja Blend ihn, blend ihn So, nicht Blend ihn, blend ihn No one's left behind my ass Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal